hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft enderia enderia mit mir hughcrafter aka max aka mit den lieben hang glider und warbook und vielleicht noch ein stück schaufel auf jeden mit euch erstmal ins dorf fliegen weil dorf und da soll irgendwas gewesen sein aber irgendwie auch nicht und ach leute wir gehen erst mal im briefkasten gucken wieder nix hallo ist da jemand versteckt nee okay ich dachte schon da hat sich irgendjemand versteckt oder so wir gehen mal kurz zu diesem leo gucken noch mal hat er irgendwas neues gebaut ne okay ist immer noch alles gleich leute 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 wir müssen heute auf jeden fall noch was kräften und hoffen dass wir irgendwie herbert noch mal heute zu gesicht bekommen und leute ja das habe ich komplett vergessen sorry das habe ich komplett vergessen hier oben ist ein übelst krasses fanart von den lieben donnerkeks auf instagram hat mir das schönes gemaltes zu weihnachten gewesen das sieht halt richtig schön aus das gefällt mir mehr gucken dass das peter da bin ich dass am weihnachtsbaum das baby hero anna axi axi seine frau und axi junior auf geschenken schneewelle richtig süß und kekse ich will es aber da hinten soll das glaube ich wolfie sein glaube ich ich weiß es nicht und dann sind noch mal zwei leute ich weiß aber nicht wer die sind also wenn donnerkeks wenn du wenn du das siehst ich will bitte wissen wer die zwei im hintergrund sind hallo olivia hi olivia hi warte ich komm schnell runter olivia komm hoch hey wo kommst du denn her du warst lange weg alter ich musste auf den den blog link aufpassen da auf deine anna die hat mir mein boden angekackt kapper leute ist natürlich nur spaß hey olivia ist wieder das ist mega cool alter wo warst du ich hab dich geschubst aus einem dorf in der nähe okay das ist toll cool schön dass du wieder da bist das hat mich voll gefreut ey dein haus unten deine dein wohnzimmer ist auch jetzt wieder fertig gebaut habe ich fertig gebaut außerdem hast du noch gar nicht gesehen kommen mit da hinten ist anna wenn du alle noch mal kurz schnell hallo sagen würdest ich weiß noch nicht oh gott hilfe ja okay machen wir dazu tatsächlich guck mal komm mal mit bevor wir runtergehen guck mal hat jemand hier ein richtig krasses fanart gemalt guck mal einfach anna und baby hier wie die zusammen lächeln sieht das nicht cute aus alter sieht ja cute aus oder oder hier hat auch jemand gemalt blood hero und das kommt das hier oben ist eine welt wo ich vorher war weißt du und hier bin sind wir jetzt mit der sonne unten leute es kann ruhig sein dass es ab und zu mal ein bisschen ruckelt das ist normal das tut mir jetzt ein bisschen leid leute komm mit olivia gehen wir runter olivia oh gott sorry sorry ähm komm mit hier guck mal hier ist auch anna guck mal da bin ich baby hero und anna alter von der fuchs fan ist das schön gemalt oder findest du das nicht so ist das ultra schön gemalt du musst auf jeden fall hier hinterlaufen ja mega sie hinterlaufen und hier sind dein zimmer hier so bad badezimmer hier so essen küche chill zimmer arbeitszimmer und hier oben sind schlafzimmer mit olivia sieht ja voll schön das voll schön das zimmer ja sorry für das deutsch hier ist ein schlafzimmer das ist einfach mega mega cool kann man schon schlafen nee kann man nicht pain gute nacht auf jeden fall ich muss dir was richtig krass erzählen kommen wir setzen uns kurz mal hin wo bist du da ich bin du musst dir vorstellen ich war du kennst das never portal hier in der enderia stadt na ja und du musst dir vorstellen ich bin ich bin ich wollte da fahren weil das ist ein böse monster und ich wollte töten auf jeden fall bin ich durch das portal gegangen und auf jeden fall ist das so gewesen dass ich eine komplett andere welt teleportiert wurde die welt war irgendwie komisch sehr komisch nochmal zurück sehr sehr komisch da war so ein typ der aus wie ein crafting table und 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 der hatte ja ja das aus wie ein crafting table und und wir mussten das machen irgendwelche artefakte finden dass ich wieder zurück kann und und auf jeden fall ich war vier monate nicht hier vier monate ich musste erst mal meine briefkasten entleeren da war essensreste ich weiß nicht von wem also es ist schon 18 uhr alter wird ja es war einfach schon 18 uhr der fernsehn hat einfach keine kanäle wird oh mein bay ich kann hier einkaufen ich hab ja mal ein bisschen um was um was für ein smart red nachtsicht zappbuch alter hast du mich grad erschrocken hilfe hallo oh gott wenn mir zu irgendeine webseite in real life geöffnet leute es tut mir leid auf jeden fall olivia komm mal mit komm mal mit müsste was richtig cooles zeigen oh junge leute kurz warte kurz hilfe hilfe okay so jetzt guck dir mal die ganzen fanarts hier an hier guck mal hier ist einer mit kleid süß das ist krass oder dann hier bin ich mit meinem hut du siehst ja meine figur auf dem kopf ne ja da bin ich und das peter und hier ist mein 19 geburtstag ich hatte im september geburtstag olivier das ist schon ein gute paar monate her aber da bin ich 19 geworden auch das o von donnerkeks glaube ich wo war das hier oben von donnerkeks der oben das ferns auch gemalt das ist richtig krass und hier ist einfach peter anna und baby hero und hier ist einfach mein banner mein kanalbanner richtig richtig wild und hier kommt dann das endgültige inderia dings hin die mich findet die hat mich gefunden äh 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 au oh sorry sorry komm her ich umarmen dich komm her alles gut alles ist gut äh hier rezeptbuch zum kochen nicht drauf tippen nicht drauf tippen nicht auf rezept drücken drück da nicht drauf vertrau mir du kommst auf eine ganz komische seite äh ja sonst eigentlich hat sich nicht viel geändert äh hier wohnt herbert hat sich außerdem auch hier eingenistet herbert wohnt hier ja ich weiß nicht warum der wohnt jetzt einfach mit hier peter kennst du ja noch ne äh hier ist peter hi äh ja hier sonst äh kennst du hier ist mein neues schwert das ender heroes hier ist so rüstung mäßig und hier ist kistenlager ist richtig cool wenn du willst kannst du dich äh auch gerne hier mal bedienen oder so wenn du mal items brauchst oder so sonst sowas äh und ja deswegen sonst erzähl mal erzähl mal komm wir können uns ja mal äh bei dir drinnen hinsetzen und du erzählst mir was du so erlebt hast du warst ja auch sehr sehr lange weg so jetzt erzähl mir jetzt kannst du auch mal erzählen was du so erlebt hast alter oh gott sorry das war jetzt nicht geplant auf jeden fall leute es ist einfach krass dass olivia jetzt dabei ist und ich merke auch dass es bei mir rukelt leute es tut mir leid aber das müsst ihr halt die folge einmal aus ertragen okay naja also ich war in in einem dorf ne ne ja erzähl ruhig weiter das sieht aber echt schön aus ne also mir gefällt das hier auch sehr gefällt mir das wenn ich ehrlich bin mein bay kann man auch sattel kaufen wow guck mal ah mist hätte ja klappen können mein bay ist das sowas wie das äh echte ihr wisst schon was ich will diesen namen nicht schreiben äh sagen krass stimmt leute so lange wie olivia schreibt können wir uns mal äh kurz mein neues ding oh wartet leute kommen wir uns gleich an und auf der reise durch äh durch die dörfer habe ich gesehen dass die landschaft und alle die die dörfer völlig zerstört wurden von muldi oder von wem auf jeden fall leute ich geh mal kurz mal hier auf mein tablet und guck mal leute wir haben tatsächlich ne leute wenn das jetzt laden würde endlich es lädt nicht warum lädt das nicht egal leute gucken wir uns mal anders an hören wir uns erstmal blieb an und die überlebenden meinten es war so ein muldi oder so muldi das ist doch der ja nein nicht schon wieder ich wusste es ich war einfach zu lange weg ja ich kenn den der will die welt übernehmen und mein interiorschwert und alle töten und ich will das schwert aber nicht weg geben und verstehst du oh nein ja olivia lass mal kurz schlafen gehen wenn das ok ist für dich ähm soll ich hier schlafen oder soll ich zu mir hoch gehen wenn das äh äh soll ich hier oder soll ich zu mir selber hoch komm mit oha dankeschön leute 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 es geht langsam so hin dass es äh meine freundin wird leute oha oha sie liegt davon an der wand alter oha wild ok oha dankeschön dass ich mit hier schlafen darf und es ist es krass es ist heftig was abgeht alter es heftig leute wir müssen wir müssen muldi einfach aufhalten ne sonst macht er echt die komplette stadt noch kaputt das wäre nicht so toll wo ist sie denn jetzt hallo oha hast du grad nen keks gegessen oha wie viele keks hast du da drin oha hast du hast du grad alle kekse geklaut oha oha klaunisch wie alle kekse ich weiß du magst kekse aber einer reicht am tag einen darfst du dir nehmen nimm dir einen keks nein nicht da drauf tippen nicht da drauf tippen vertrau mir oha Olivia tu es nicht oha ok leute in dem sinne äh Olivia ich muss jetzt auch noch was machen gehen wenn du willst können wir gleich nochmal eine runde spazieren gehen wenn du das möchtest ja nein vielleicht doch nicht nah ja gerne ok leute in dem sinne ich gehe erstmal mit Olivia spazieren ich hoffe euch hat die folge gefallen lasst gerne ein like da abonniert wer es noch nicht getan hat aktiviert die Glocke ist hier kein weiteres Video verpasst schaut in die Videobeschreibung da ist alles verlinkt leute in dem sinne haut drin bis dann und ciao Leute